Da musst du noch auf diese blaue Plattform springen, wo ich gerade stehe. Ach, das... Moment, wie hast du das hier gemacht, Andy? Andy, wie hast du denn hier gemacht? Wie standst du hier so? Du musst ihn einfach ausrichten, so wie du später landen möchtest. Also richte ihn so aus wie die Plattform lang ist, genau. Perfekt. Ja, krass. Nein, das gibt's nicht! Alles klar, moin Leute, Roffi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online. Heute mit dem Benno und dem Lenny. Oh, wir sind gerade spontan einfach mal einer Spielliste beigetreten. Richtig. Mit dem Ruiner 2000. Dem guten. Benno, hast du überhaupt einen? Ja. Wenn ich so gut ist wie der Omega 3000. Ja, das Ding heißt ja auch nur 2000. Fängt ja schon mal gut an hier, ne? Bist der in Ernstchen? Komm ich doch nie durch, nie. Guck mal, wo ich spawn. Guck mal, wo ich spawn. Ist das so? Ist das so? Wie springt man überhaupt damit? Wie springt man denn durchkommen? Wo willst du mal springen? Äh, ja, Huckelo. So kommt der bestimmt nicht durch. Tschüss. Ja, Benno ist auch kacke. Ja, Benno ist auch kacke. Oh. Nicht mehr sagen. Nicht sagen. Oh, geschafft. Oh. Nicht geschafft. Also schwer ist das ja nicht, ne? Das ist richtig schwer. Ja, wahrscheinlich. Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, als ob es hier reingeht. Was? Weil man verschissend läuft. Geschafft. Oh. 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 No. Oben drauf. No. Ey, was passiert denn hier? Die Karre dreht sich hier wie sie will? Alter. Alter, wie krass. Was ist das denn für ein Rennen? Ah. Alter. Kurven. Musst du richtig heftig nehmen, ey. Hä? Oh, ja. Ich hab mal hier. Ah. Ah. Ja, Benno hat's doch. Okay, Benno. Danke. Nochmal. Was? Alles normal. Wann oder müssen wir jetzt hin? Da oben drauf? Wie oben drauf? Wie oben drauf? Wie soll das denn gehen? Wie soll man die Kurve denn schaffen? Ah. Wie soll man die Kurve denn schaffen? Wann denn irgendwas? Was? Hä? Kannst du mir mal sagen, wie man hier draufkommt? Nehmen wir mal den ganzen Scheiß raus. Was? Hä? Das geht doch nicht, oder? Ich bin drauf! Nein! Äh. Das geht nicht, oder? Doch. Das hab ich ja noch nie gesehen, so'n Kack. Ich hab auch noch nie was mit der Karri... Benno, wie machst du das? Ich fahr einfach auf der anderen Seite an. Was für eine andere Seite? Ja, das kommt ja ja wohl easy hoch, oder? Ja, der Typ springt da immer drauf und macht... Ich mach's doch mit Lenny drauf. Außer dann noch springen und dann nicht mit da hinten. Hä? Oder man macht das ganz einfach anders. Wow! Schau mal nochmal. Hä, wo bin ich jetzt hergekommen? Oh ja, was soll man das Mainstream? Äh. 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 Irgendwie ist die Kerre Kacke. Das ist hier ausgerechnet dafür. Ich bin im Anfang, ne? Okay, Roffel. Roffel ist nach oben geflogen. Kollegen. Oh. Der hat nicht weiter. Der will Punkt am Arsch der Welt ist. Wir kommen doch nicht mal hier hoch. Hä? Wie willst du denn hier hochkommen? Das dauert doch... Ja, da. Das ist so'n... So'n Tim. So'ne Tim-Stelle. So'ne... So'ne Lacker-Stelle. Okay. So'ne Lacker-Stelle. Komm, bei der Beschwer du dich jetzt mal nicht. Du bist doch jetzt eh. Ich hab's! Leute! Alter! Ich hab... Ich hab ne neue... Alter! Ich hab auch ne neue Takti irgendwo im Kopf. Nein? Ja. Hä? Ja! Du musst einfach an den Himmel springen. Okay. Ich stecke hier fest. Ich hab ne neue Taktik. Ich stecke hier einfach fest. Kann mir einer helfen, bitte? Wo bist du denn? Von hinten ziehen eben. Ja, ich komm kurz. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, jetzt ist der Lose. Komm, ist dein Auto eigentlich schwarz, oder nicht? Ja, bitte. Ich bin doch vor, dass ihr seid. Nein, das geht gar nicht. Wenn der Mann denn da hochkommt. Es geht echt nicht, oder? Was ist der erste? Ich hab mal den so genau ziehen. Ja! Nein! Ha! Ich hab's! Nein! Das gibt's. Nein! Ey, man muss so stark einlenken. Das gibt's nicht. Ist ja schon unmöglich. Okay. Ich hab's nicht geschafft. Das ist immer so knapp, ne? Aber ich kann jetzt zumindest eine Taktik. Was? Ich kann jetzt zumindest eine Taktik. Ja, ich auch. Probiert mal nochmal. Kacke. Okay, so nicht. Ha! 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 Wenn du hast was geschafft. Du hast was geschafft. Kann man nicht einfach mit ganz viel Liebe das machen? Irgendwie von hier hinten links nach da hinten rechts? Genau, mit Liebe. Du hast gesucht schon seit 10 Minuten, Roffle. Roffle hat die Taktik, wenn du versuchst seit 10 Minuten. Nein, das funktioniert, Benno. Hä, falschen Wien nicht aufgeht. Zwei Jahre später. Er geht auch nicht auf bei mir. Oh, ich drück auf Rupe. Ey, ich komm nicht klar mit zwei Tasten drücken, ne? Ich drück immer die falsche. Nein, nicht wieder zurück. Nein! Du musst doch hier irgendwie cheaten können. Nein, ich war oben auf der Plattform. Pass drauf, ich bin mit meinem rechten. Du musst doch hier irgendwie cheaten können. So geht das dann. Ich bin mit meinem rechten Reifen. Echt. Alter, fuck. Weil nur die Taktik ist well. Well played is she. Ich hab immer noch keine Taktik. Also wie macht ihr das denn jetzt? Erzähl dir. Du Scheiße. Irgendwann, oder? Nein, einfach rechts fahren am Anfang und dann links direkt. Den Schwung holen. So wie ich. Guck so. Okay, so nicht. Oh, ich war echt mit meinem rechten Reifen da oben. Lenny, weg da. Lenny. Ich wollte nicht mit dem Gang stehen bleiben müssen. Entschuldigen. Weißt du, auf Verkehrsstraße, einer bleibt stehen. Ja. Nein, ich muss jetzt mit dem Handy sein. Okay. Also ich bin auf der Röhre. Ja, das schon mal gut von vorne. Das schon mal gut von vorne. Hier bin ich ja bitte auf die Röhre gegangen. Ich mach's doch bitte auf die Röhre gegangen. Ich hab's auch nicht. Cheater halt, ne? Wie bin ich auf die Röhre gekommen das ist ne gute Frage. Weil es hier öffnet nicht halbe Stunde wieder gebraucht. Ja, auch auf das Gestapo, auf der Röhre gekommen. Ja, vollig. Ich komme, ich weiß einfach auch auf die Röhre, völlig. Ja, aber so ist doch egal, wie man es macht, oder? Ja, ein Roche-Tipp ist illegal. Oh! Nein! Was? Ich habe es nicht gesch... Ich habe verkackt. Wie kacke ist denn das? Nach das Teil kackt hier. Wie soll das denn gehen? Warum bin ich eigentlich auf die Röhre gekommen? Wie habe ich das denn eigentlich geschafft? Wieso fliegt der jetzt nicht zur Seite? Nein! Also ich bin wieder auf der Röhre und ihr so? Wie hast du das gemacht? Hm. Du musst irgendwie 90 Grad Wickel abspringen, dann drücken und dann irgendwie hoch fliegen, dann wirst du Falschen oder so. Okay. So wie ich gerade. Ich bin unter der Röhre. Okay, alle sind drauf, nur ich nicht. Hier ist Stau. Der fährt nicht. Ich komme immer noch nicht hoch. Guck mal, man wird richtig hochgebustet dann. Bälle hat es doch. Ach, ich habe ein Ding gleich runter. Ich bin drauf, irgendwie. Hilfe! Nein! Nicht wenden! Dann fahr du hier vorbei, ohne zu rammen. Geht das? Passt das? Ah, Krimine knapp! Boah! Wie macht man das? Nein! Der hat den Wegpunkt. Ich glaube es nicht, ne? Was musst du machen mit Fallschirm? Scheiße! Ich weiß es nicht, wie wir das machen. Ich weiß immer noch nicht, wie wir da hochkommen sollen. Ne, ne, guck mal hier. So. Vollgas. Abspringen hier oben. Direkt Falschirm. Und dann habe ich es. Das versuche ich seit 10 Minuten genau die Taktik. Das war meine Taktik. Und ich habe es geschafft. Unverkackt. Ich fliege erst mal auf die Röhre am besten. Alter. Seit 10 Minuten. Ich mache die ganze Zeit nur das gleiche, ne? Lol. Wie der Fallschirm einfach nicht auslöst. Du musst auch gar nicht auf die Röhre fliegen. Hast du es geschafft? Man kann auch direkt auf die Plattform hier fliegen. Ja, dann mach das mal. Bin ich doch. Als ob. Ah! Ah, Poffe! Guck mal, wie ich hier landet bin! Ja, ich sehe nichts. Kack dir! Vendo! Wie fühlst du? Ich liege mal, das ist jetzt nicht der Ernst. Nein! Hilfe! Ich glaube nicht. Ah, geiler Typ. Nein, ich falle nicht. Ja, Lenny ist halt kacke, wie gesagt. Ja, ich bin auf der Röhre wieder. Wegpunkt! Geh weg. So, wo muss man jetzt hin? So, Vendo fliegt dann mal irgendwie hier so hin, ne? Ah, Bremsen! Halt's auf! Halt's auf! Als ob ich der Einzige mit der hier noch hängt jetzt. Äh, ich hab's nicht geschafft, sagen wieso. Oh oh. Oh oh. Bello, guck mal, ich! Als ob man in den fucking... Heee! Bello, kannst du mir helfen? Nein, kannst nicht. Warte, 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 ich komme. Dann bist du weg. Nein. aja rein. Sieht richtig geil aus! Dreh das? Fasst das? Es passt, es passt perfekt... Bremsen! wer weiß ich auch nicht kannst mich drehen oder so ich kann auf mich tropfen nein bist du kacke tschüss ja Lenny was ist denn mal jetzt hiermit warten wie warten Mann ist doch gar nicht da ne weiß ich auch nicht wo musst du mir jetzt hin wo musst du sein denn ich bin schon wieder erster musst du überhaupt hin sagst du nicht mehr ja weiß ich nicht ja ich möchte erstmal hier wegkommen und dann in diese weiße Kackröhre da nein ey wieviel Pech ich hab als ob ihr es geschafft habt ich glaub es nicht ok ich krieg den Wegpunkt nicht dann nicht ey wo seid ihr still doch mal in dieser Kackröhre das ist echt heavy wie hau den nein 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 ach wo ist denn die Röhre da runter oder wie Leute wie wärs einfach mal wenn ihr mal wartet auf mich ja wir haben andere Pöpungen wir haben uns nicht scheuer ja aber der ist kacke ey ne ey wie habt ihr diese Sprünge gemacht hier welche Sprünge die kleinen ich bin da überall drüber gesprungen also mich musst du nicht fragen spring und feilschirmen nach oben ziehen oh lol also was springen ach wie gut du musst oben hin Benno was wie jetzt hier die Sprünge keine Ahnung Benno ich weiß nicht woran Benno wie die Sprünge ich hab's irgendwie Benno wie hast du die hier gemacht Rungen Fallschirm auslösen nach oben ziehen und dann mal zwei ein Sprung nur ja ey wo muss man denn hier rein ach der hat nicht ausgelöst das gibt's ich hab die ganze Zeit die Enter-Taste gedrückt äh die Leertaste ey was denn wo ist denn hier muss man sehen in die Röhre rein ja nicht ja hab ich jetzt auch grad verstanden dass ich immer noch hier häng ne chill da mal du schaffst das schon ist deprimiert kann man in den Team denken was ist das für ne Scheißspiel erst mal wieder hier drauf na oder nicht ah fuck ah fuck das Fehling richtig oh jetzt schaff ich's ja ich nicht ich möchte einfach mal zu euch kommen ein bisschen ne 1000 Kilometer vorbei jetzt weißt du mal wie ich mich fühle weil ich verkack nämlich in jedem Rennen eigentlich nein du bist nicht so Benno hat's natürlich wie Benno hat's jetzt ist's gemacht ja Benno ist halt kacke ja das Sprungteil funktioniert wieder nicht ich such die ganze Heizige stattdessen okay Alter wir müssen ja noch irgendwie cheaten können nix da Leute warum schaffe ich das hier nicht oh 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 alter ich heate jetzt ich frag mich warum ich das hier nicht schaffe Wegpunkt jetzt heated was 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 hola hola ah 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 oh 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 der nächste Punkt ist harry 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 richtig ja wird langsam harry wie einfach die Stelle hier ist wie einfach die Stelle hier ist wie einfach die Stelle ist wie einfach die Stelle ist wie soll man denn hier um die Kurve kommen was oh also ich hab's geschafft ich hab mich so dumm angestellt bei dieser Stelle wo muss man denn hin eigentlich von hier ey wie soll man hier um die Kurve kommen du musst in die Röhre unter der U-Röhre was in die Rohre in die Röhre unter der U-Röhre musst du zum Ende hin jetzt hab ich's klar hey wie jetzt wo musst du hin nein was hey ich bin durchgeflogen du musst einfach nur mehrmals in dieses U rein erstmal hä wie komm ich hier raus hä und dann wie komm ich hier raus ja musst du halt raus springen und dann ach da wieder auf die Plattform ist auch ist das kacke ok nicht geschafft ja gut ist das ein Dreck ne aber interessant so ein bisschen schon ja ja es ist wenigstens besser als die GTA-Rennen die sind einfach nur kacke ja hier musst du halt so ein bisschen knobeln mit der Karre ne wieso spawnt man denn da oben ich sammle den Wegpunkt nach unten ein wo spawnt ich irgendwann mal spielen ey der Wendekreis von dem Ding ne ich hab den fucking Wegpunkt der unten ist ja ich hab ihn hab ihn noch nicht jetzt hab ihn äh wie bitte so muss man schon wieder ins U rein ja ähm hä 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 was war das jetzt für ne scheiße Leute jetzt ob ihr schon soweit seid wartet doch mal wenn wir die Kontakte warte wenn du wirst warte wenn du wirst warte wenn du wirst warte wenn du wirst das ist das denn hä hä warte johle ah warum ich war warte warte wow ok perfekt oh oh verstehe nein wir warten jetzt wenn wir halten jetzt hier an und warten auf raufel jetzt ist es vorbei ok dann kann ich aussteigen na hier ist los hä warum hab ich jetzt den Wegpunkt nicht ist die scheiße oder was ok ah der hat C-Quest ach muss ich woanders hin wo muss ich denn hin wo muss ich denn hin 3027 oh du schaffst das denn das ist nicht so schwer nein hä wo muss ich denn hin wie komm ich denn hier unter mir rein du schaffst das wie komm ich in die Röhre rein nein du schaffst das meinst du mich ja du schaffst das hä hä wir haben das auch geschafft wie komm ich denn da rein wie komm ich denn da rein wenn ich das schaff ohne nachzufragen schaffst du das schon wer ist das genau ach so kommt man da rein ok geschafft äh versuch ich hab gesagt du schaffst das Moment ich hab's noch nicht gecheckt ich muss das erstmal checken das ist ja schon kacke gemacht ja das war eigentlich cool gemacht wie aber ich verstehe noch nicht wie das gehen soll Benno ey das ist einfach ja das ist einfach erzähl mal du hast die Geschwindigkeiten dann schaffst du einfach mal ja und dann machst du mal eben ne weißt du ja ok ich bin jetzt in der Röhre drin und welchen Wegpunkt seid ihr äh 13 13 ok ja hier können wir nicht draussen zueinander du musst gleich 90 grad springen und wir rumtreppen neul die mach ich gerade scheiße ja das verstehe ich aber eigentlich nicht wie das hier gehen soll warte ich komm ich bin ja der der Installateur scheiße hä warum löst der denn jetzt nicht aus ich verstehe nicht wie man hier hochkommen soll diese 90 grad springen sind ja richtig ätzend wenn das jetzt ein kreis wäre dann kann ich das ja verstehen ne aber oh hä das verstehe ich nicht wie man hier rauskommt soll muss man die 90 grad springen immer alle hintereinander machen oder was ja sicher ne was nö der eine sagt ja der andere sagt ja sicher ich sag immer ja sicher hä was soll man die denn schaffen wer habt ihr denn hier gemacht hat für 90 grad sprünge ich komm bestimmt nix sprünge da in die Röhre und wo du rumtreppen mussten indirekt haben die hat Lenny bestimmt er cheater nein du musst einfach in die Röhre reinfallen sodass du in der Mitte von der Röhre fällt und dann richtest du dich in die Richtung aus wo du hin fliegen möchtest und dann löst du den Fallschirm aus richtig oder richtig ey bei mir fällt der immer irgendwie in die Wand was war noch mal aus müssen wo muss ich noch mal aussteigen gar nicht geht ja nicht warum ich spike überhaupt so einen hab ich auch nicht so und jetzt gehts nach rechts oder wie wieder ja du schaffst das schon ich hab mir mal vorher geguckt aua nein nein das war so knapp ja bei mir auch glaube ich jetzt nicht ne das war so knapp ne ja bei mir auch geil ja ich bin noch erster nein ja ich bin noch erster wir sind erster zweiter und dritter nein wir sind nur erster und zwar alle rein ja der Typ springt halt jetzt zurück nein okay dass ich hier nicht weiter komm ne ich bin echt arm oh flip ich stell mich aber auch an mit der Karre ich komm nicht klar mit dem Wagen danke wieder verkackt alter shit egal ich muss erstmal trainieren mit der Karre ne nein ja nein ja nein ey dass ich das hier nicht schaffe ne ooooh boah wie einfach als ob das so geht das glaube ich jetzt nicht ne das glaube ich jetzt nicht ne bitte rufen wir kommen gleich hin ja hier sind wir fahren und rum hier neiii bin drauf so und jetzt ja ich ja ich wie man muss nur hier hoch kommen aber nix aaaaaaah kack ist verkackt ne geil den hab ich schon mal den hab ich raus den hab ich raus moah dran vorbei alter wie soll einer da oben hin kommen weh wegpunkt 7 bin ich 7 alter ist das mega assi irgendwie hast du das gemacht ich äh keine ahnung einfach nur die wallride dann möglichst hoch geil genau die wallride den wallride hab ich gesagt aber wie das wallride ok gut ne ja ey ich schaff's nicht ich schaff das nicht das ist richtig deprimiert dass ich diese einfachen Stellen nicht schaffe jetzt hier und der andere Typ schafft das glaube ich ja bin drauf so und was soll man jetzt machen wenn man drauf ist ey das gibt's nicht wie soll man da hochkommen ich will einfach zu euch kommen aaaah ja nein kack kack alter das ist so kacke was danach kommt jetzt glaubst du nicht ja das ist auch kacke hier ja ja flieger gehen nie weit ok flieger gehen nie weit ok ne ich will nicht sagen aber das gleiche kackspiel ja 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 ich höre jetzt die vorderrecken drüber hää leute wie geht das wie komme ich denn da rein junge das schaffst das ist so easy da rein zu kommen das ist gar nicht die worte zu fassen ne du fliegt sie in die röhre und zwar so dass du mittig bist dann richtest du dich aus da wo du hin möchtest während du runter fällst und dann löst du den scheiß fucking Fallschirm aus das ist erst als das wäre eine Menge das ist richtig schwer das ist richtig schwer äh ihr werdet mir bei euch ist der Weg nein ich schaffe nicht mal die zwei Dinge hier hintereinander okay hey ey die Karre lenkt nicht ne die lenkt nicht die müssen aber auch recht schlechter mit uns hier fährt ne ja ich bin auch schlecht gerade aber ich kann die Karre nicht du weißt ja auch offen wenn du wieso das geht ehrlich ist auch kacke aus dann bist du jetzt drauf oder nicht einfach am rand stehen und dann einfach hupe drücken leute ich krieg das nicht hin mit der steuerung das ist eine richtig easy schafft okay ein habe ich schon wieder geschafft ich habe immer einen und den zweiten nicht warum wegpunkt nicht der es ist so deprimierend ich komme um dir zu helfen richtig müsste ich jetzt warte doch ihr sollt auch nicht wahr das ist richtig kacke hier ich dritte hier oben ich bin auch was machst du da die ganze Zeit springst du rückkehrt oder was ich krieg es einfach nicht hin hier kann ich sein schon wieder nicht nee der andere typ hat es auch mal geschafft wenn du beeiligst doch der typ schafft doch auch schieb dich da runter ja ich kann nicht gute idee ich zieh dich jetzt da runter ich mach das jetzt wie assi das ist ne ist doch egal nein ich mach das jetzt nein der fällt jetzt hier runter und seht ihn ja ich glaube gleich kommt im chat kova schenk es nicht na ich kacke bist du jetzt die frage nein ich mach das jetzt nicht ey das gibt's nicht ne dass ich diesen kack sprung hier nicht schaff warum löse ich den scheiß nicht aus könnte ich ich check's nicht wie ich das hier nicht schaffen kann jetzt verkackt ja wahrscheinlich oh geschafft wieder ok ich weiß zwar nicht wie ich muss jetzt meine Klappscheinwerfer anmachen nein der Typ hat's geschafft du solltest ihn runterschieben geht nicht geht nicht ja ich hab alles versucht geht nicht ich hab's mein gott hast du lange gedrückt so wegpunkt 8 was ist das jetzt dann wo muss ich jetzt hin Bennooooot das wird eng Leute wo muss man jetzt hin wo bist du überhaupt hast du gar kein Überblick mehr ey ach hier ist ein Weg komm ok und dann äh du musst einfach hier durch die Dinger durchgehen ne ja ja und dann kommst du zu der scheiße wo wir die ganze Zeit hängen ok ok interesting egal ich komm jetzt ich mach dir das first try danny ja bestimmt oh neiiiin ja da seid ihr schon super Benno wo bist du eigentlich bei dem vorletzten Ding bei dem vorletzten Ding gut echt vorbei nein ich schmeiß drei Minuten runter mach mal mit mir ich mach das jetzt ich mach euch das jetzt passt auf macht er eh nichts warum kann ich einfach hier auch so oh ich mach euch das jetzt er hat doch gar keine Ahnung äh ich mach euch das jetzt auch da raus hm warte hier hängt ihr hier oder wie komm ich sei immer wie das geht Rocco hier und so mussikum also auf der man hier so urwallweith fahren muss und dann nach hoch und dann nach hoch nicht dein ernst jetzt wirklich ja ja du bist so warte da dann hoch und dann easy geschikt ja genau so wie Benno's jetzt gemacht hat ohne falschen sogar wie jetzt also so und urwallweith und dann Ja und dann ganz hoch, du musst immer ganz 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 nach oben kommen beim Rollwein. Das Ziel ist, du musst einfach nur da hochkommen, du musst dir in die scheiß Röhre springen. Ja, du musst ungefähr, ich springe hier ab und dann nach oben ziehen. Ja genau, Roffel hat's. Hä und da? Hätte ich jetzt oben sein müssen? Ja, oben sein müssen, das ist dein Ziel. Was, wie einfach? Ja mit unseren Tricks, du musst das erstmal selber hinausführen. Ist so, bis du das gepeilt hast, dass du da hochkommst und dann da hochreifst. Hä, wie kacke ihr seid. Das ist doch voll easy. Junge, wie lange ihr jetzt hier geh... Nein, ihr seid kacke. Guck mal, wie einfach das ist. Guck mal jetzt hier, first try, werden wir? Einfach kackt. Meine Klappchen wärme einfach mal zu, warte nochmal. Meine sind auf, ich hab's das auch geschafft. So, ich muss die jetzt aufmachen. Jetzt geh weg hier. Geh doch weg! Ey! Danke Lenny. 30 Kilometer von der Tür. Danke Lenny, okay. Nein. Wo springst du eigentlich schon mal drauf? Bist du kacke? Meine Klappchenwerfer sind zu. Nein, du musst im letzten Moment springen. Ich zeig dir das gut. Obst du jetzt nicht meinen digitalen Tag und durch die Hengscheibe, ne? Okay. Richtig auch mega. So musst du das machen. Okay. Und dann musst du so. Ich schau dich mal nicht mehr. Obst du Ropendo, keiner ist jetzt richtig gut. Ja! Nein! Ich hatte es vor S2 und da bin ich nach links gemacht, weil ich dachte wir müssen hier drin bleiben. Ja, du bist, ja. Ich hab das alles auf Video. Und dann denkt er, wir müssen hier drin bleiben. Woher soll ich das wissen? Ich war hier noch nicht an der Stelle. Und wieder verkackt. Jetzt schafft Lenny das nicht mehr. Alter. Ja! So, und dann? Ja, und dann durch die Scheiße dann. Ja, und was muss ich jetzt machen? Durch die Scheiße dann. Sind das jetzt diese Lobbangs hier oder wie? Ja. Lobbang Luis. Nice. Ja, ich hab's schon wieder geschafft. Ich dachte, das wird's nicht mehr. Ja, und wie macht ihr das dann? Einfach hier hochfahren, ne? Das war der Original Sound von GTA auf jeden Fall. Aber wie kann ich dich hier runter schützen? Ah! Nein, bitte nicht. Ich will jetzt weiterkommen. Das hier mach ich dir First 2. Wow, ist ja nicht schwer. Ja, wer weiß. Ich hab Second 3 gemacht, die Scheiße. Benno, hast du First 2 hier? Nein. Ja, also. Oh, hier kann man ja drüber fliegen. Ah, tschüss, Simone. Abfahrt. Was Simone? Nichts Simone. Hä? Was ist das denn? Oho, oh oh, Jenny M70 und. Ist der einer denn schon im Ziel? Nein, oder? Der ist noch nicht im Ziel. Okay, okay. Oh, okay. Rems halt nicht Auto. Nein, die hat keinen anderen. Nein! Nein! Nein, ich stehe am... Ja! Ja, ja, ja! Ich hab's geschafft, Eddy! Nein! Alter, wie geil ist das denn? Geh weg! Hör auf! Hör auf! Was wolltest du eigentlich? Take Flight steht da. Aua! Easy. Wie soll man denn da reinkommen? Na, sollte, hab ich fast schon gewonnen. Wie zur Hölle? Man muss hier um die Ecke fliegen, Alter. Rechts um die Ecke. Was hast du denn für ein Schüler, der ist jetzt hier? Oh, ich hab den Weg gemacht. So, Abfahrt! Was ist das denn für ein Schüler Scheiß jetzt? Ich war extra rechts kaputt machen. Ammonation. Meint ihr die Scheiße hier? Niemand muss da runter. Oh, kacke. Meine Heckscheibe ist kaputt. Ihr System meldet, die Heckscheibe ist gerade gerissen. Ne. Toll ist das. Ihr könnt höchstens sagen, Heckscheiben halt im Defekt. Äh, ist die mal bei mir von euch? Wer ist da neben mir? Ich hab mich grad berührt, aber gut. Ja, wie wenn ich aufm Kopf fliege und kein nix sehe. Otto. Nein, Otto Normalverbraucher. Aber wo bist du eigentlich? Wo muss man jetzt überhaupt hin? Hier rein, eben. Wie hier rein? Unten? Ja, eben hier rein. Sobald man einfach nur nach unten muss. Und dann? Dann ist doch Scheiße. Ich will aber keine Scheiße haben. Ich will was Gutes haben. Das ist nicht der Ernst. Als ob man da reinfliegen muss. Auf dieser fucking Mini-Plattform. Wo? Geschafft, Fester. Alles klar, easy. Ich bin der erste, wo ist der andere. Ah, ich komme, Lenny! Na, schaffst du's auch? Easy, first try. Sehr schön. Ah, die Hupe! Äh, wie kacke ist der Typ denn? Jetzt ob der hier noch hängt. Das wär'n. Ja. Hä, als ob der hier noch hängt. Das gibt's doch gar nicht. Ist doch nicht schwer, oder? Nee, eigentlich nicht. Also, das ist jetzt echt nicht schwer. Da waren für mich andere Sachen schwerer. Das ist einfach nur schwer. Okay, ich weiß, warum das schwer ist. Okay. Weil das Gacke ist. Okay. Ja, komm mal erstmal zu der oben Gacke. Dann weißt du Bescheid. Kannst drüber fliegen. Genau, richtig. Punktlandung. Okay, verkackt. Alter, jetzt schaff ich gar nichts mehr, ne? Läu, fast geschafft, first try. Ja, hatte ich auch fast first try, aber auch noch fast. Als ob wir jetzt hier alle stehen. Ich war dumm drauf, Scheiße. Okay, okay, fall halt runter. Genau, bei ne Hupe. Hast du wahrscheinlich schon die ganze Zeit gemacht, ne? Bei der Kerle. Bei der Kerle. Das war jetzt knapp. Wow. Tschüss. Nein. Okay. Wow, sorry. Ah. Ah, nicht so weit. Obvious. Oh, Alter. Lol. Wow. Und tschüss. Also die roten sind auch nicht schwer. Ihr dürft halt nicht... Die roten sind richtig schwer. Ich war doch doch grad schon. Ja, ich war doch auch grad schon. Ich kann halt keine Bremsen und keine Kurvenlage und keine Beschweigerung und gar nichts. Ich hätte gar nichts. Aber der Kampfteam. Ah, meine Hecksteine. Ah. 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 Hör doch auf, die ist noch gut. Benno, was machst du? Der berühlt mich. Der Apfel. Ich hab's gesehen. Nein. Alles auf Video. Richtig. Hat er gemacht. Annie, lass mich bitte erstmal hier weg jetzt, ja? Nein. Was? Nein. Rad nein. Radmutter? Ja. Ah, der Typ, der schafft's grad. Nein, kann ja nicht sein. Der hat keinen Schaffter. Wow. Alter, alter. Wow. Ja, der ist runtergefallen. Wow. Hey, Rolf, lass mich direkt hinter mir. Easy. Ich sag doch, das ist gar nicht mal so schwer. Ist es auch. Nicht. Das ist einfach. Du musst halt... Ich weiß jetzt schon den Abstand. Warte. So, perfekt. Ey. So, jetzt von ganz hinten. So, jetzt von ganz hinten. So, jetzt hab ich direkt hinter dir bin, Rolf. Ähm, das ist jetzt hier katastrophal, finde ich. Ja, ich warte mal eben hier, ne? Ähm. Wie soll man da hochkommen? Ah. Okay, fliegt so weit. Was habt ihr da hochgekommen? Das Club? Ne! Nein, beim letzten! Ne, oder? Nein! Nein! Echt? Das gibt's doch nicht! Nein! Nein! Ich auch! Nein! Das stimmt's nicht! Ey, das ist doch easy, ne? Das ist richtig einfach, Bellum. Nein, das letzte ist richtig kackig. Ich mach alles. Alter, das ist alles richtig einfach. Ich mach... Eingepackt! Ah! Ah! Ich mach... Ey, lass mich doch hier weg! Nein! Lass mich vor! Oh! 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 Nein, du schaffst das auch nicht! Gesch... Schafft! Ha! Ha! Oh! 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 Das heißt, der hat sich an mein Muster gehalten. Be' du warst hinter mir! Nein, hab' ich nicht! Hast du wohl! Hab' ich nicht! Klar, du warst hinter mir, also du hast dich an mein Muster gehalten. Ne, du warst hinter mir. Also logisch, du hast dich an mein Muster gehalten. Richtig! Ja! Wie, du bist da oben? Ich muss dich auch holen! Ey! Neah Brems! Und Benno, hieß sie angeschissen da? Benno, wie wär's, wenn du wartest? Weil hier wird's echt kritisch werden! Oh oh! Tschau dem! Alter war das knapp. Mello hat scheiße. Nein! Oh! Okay ich bin wieder beim letzten Teil. Ich auch. Wer nicht bin hinter dir? Warten! Genauso wie ich gewartet habe. Warte! 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 Sind wir jetzt schon geschafft? Ja. Nein! Nein! Alter Benno du Lacker! Wow! Den ist auch beim letzten. Geschafft! Nice Junge! Nice! Ich wollte grad springen ohne das Ding auszulösen. Wegpunkt! Was hast du ausgelöst? Den Fallschirm oder was? Ich hab den grad fast nicht ausgelöst kurz vor dem Sprung. Hey wo muss man denn den auslösen? Ja du bist glatt. Dann wirst du sehen beim anderen an der letzten. Dann musst du noch auf diese blaue Plattform springen wo ich grad stehe. Ach das. Moment. Wie hast du das hier gemacht Lenny? Lenny wie hast du denn hier gemacht? Wie standst du hier so? Du musst ihn einfach ausrichten. So wie du später landen möchtest. So. Also richte ihn so aus wie die Plattform lang ist. Genau. Perfekt. Ja. Fast. Nein! Das gibt's nicht! Benno! Geht schnell schnell. Oh. Aber es ist geil. Das macht richtig viel Bock. Alter. Ich park jetzt hier. Nein ich park jetzt hier. Wie der ist erster. Ja der ist kacke. Also ihr hättet auch erster werden können. Aber ihr habt auf mich gewartet. Das fand ich sozial. Danke sehr. Nein Benno ich park jetzt hier. Schau zu. Egal. Okay Benno. Das ist unsere erste. Das ist meine erste Ruinermap ne. Custom. Wie ist Benno? Ne Danny nicht auch deine erste Custom Ruinermap? Nein 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 nein. Hä? Als ob du schon mal so eine gemacht hast. Ohne Rockstar. Du bist so. Äh ne noch nicht. Ja mein ich ja. Deswegen ja Custom. Nicht dein Ernst oder? Nicht dein Ernst Danny. Du hast dann alles geschickt oder nicht? Ja das war ganz schön knapp. Jetzt hört auf. Mich verarschen. Das ist richtig lustig. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Jetzt fahrt oben weiter oder so. Ah ne da oben ist ja schon das Ziel. Das ist kacke. Ja dann traut mich noch ein bisschen. Nein Benno wir fahren nicht weiter. Das ist auch witzig. Auah. Trauen ist auch witzig. Dann traut mich noch ein bisschen. Obwohl ne das ist Katastrophe. Mit Ansage. Nein. Na wir trauen jetzt nicht mehr. So ist unterfällig dann wieder scheiße. Nein ich hab keine scheiße. Nein. Außer beim letzten. Beim letzten ist Katastrophe. Ja dann stelle ich mich hierhin eingepackt. Nein. Ich hab jetzt keine Konzentration mehr. Für die scheiße. Alter wie zu helle. Ich hab das für das Trial geschafft. Also ich hab keinen Bock mehr gehabt. Das ist nur von vorne zu machen. Du will nicht Platz vom Zwanzfunk nehmen. Lol. Weil. Oh. Ja gut. Also ich kuck gerade richtig ab wieder. Weißt du. Ich hab das hier schon wieder fast First 2 gemacht. Und jetzt. Verkuck ich wieder. Das ist halt GTA. Ok. Ja. Kennen. Kennen. Wenn du. Wo bist du eigentlich wieder? Wenn du zum Zweiren. Wenn du nicht Zweiren. Als ob du im Ziel bist. Wenn du darfst nicht ziehen. Wir Zweiren. Das sind dann 10 Minuten. Dann wärs auch kacke. Nein. Ne ist er nicht. Doch es ist immer. Doch es ist immer. Der kacke. Der Zweihardet. Nein. Eigentlich ist Tim ja generell kacke. Tim? Ja. Motherfucker. Nein. Sehe ich nicht. Boah. Miese Bremse. Fuss. Dieses Geräusch vom Ruiner. TTITITITITITITI build. Genial. Nein das ist kacke. Es ist richtig nervend. Ja genau das Video. Wollt mich jetzt kurz erzählen. Gut. Dann warte. Ich habs jetzt geschafft. Pfff. Wuaaaah. Gute. 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 Gut dass ihr mich hier nicht strollt. Oh cack. Tschüs. Arschkomme. so also ich bin jetzt hier beim vorkant verhilfe bergant verhilfe mit controller ich hab ich bin jetzt bei der letzten plattform wie mache ich das jetzt ja aber das ist doch jetzt das hast du das ist easy wie easy ist das denn das ist richtig hey was ist das denn nein der froffelwein guck mal benno ist schon wieder kacke und fährt ins ziel nein ich weiß ins ziel nein noch nicht ins ziel ja ok dann ist ja gut hä warum springt er denn hier nicht bremsen warum springt er hier oben nicht du musst vorher springen kurz bevor du oben bist ja gut ich hab das mit sprung gemacht ihr seid kacke soll ich dir mal sagen wie ich das gemacht habe roffel nein ich hab das nicht so tschüss wenigstens mehr hier vorne ich muss ja mal springen mensch er sucht oh da ist ein krater jetzt halte ich mal lieber an ah keine bremser kritisch richtig kritisch richtig kritisch geh weg jetzt nein ich mach das jetzt anders nein ich mach das jetzt anders aber das ist noch ein krater richtig tschüss ich hab's noch nicht ich hab's noch nicht ich hab's noch nicht ich hab's noch nicht ich möchte mit ins ziel rückwärts springen ja also meine scheibe ist kaputt okay ey das ist mir gerade auch passiert das ist schon irgendwie nice das ist schon irgendwie nice also ich bin zu doof für den wagen weiß nicht nein roffel du kannst hier nicht durchfallen hier ist die straßensperre ha ha warte Ferse brinke hey warum ist der wagen so kacke warum schaffe ich es jetzt nicht ich benutze doch nicht immer den Fallchirm es ist ja für ommars ne das ist für tims nein das ist kacke mit Fallchirm das mach ich schon die ganze Zeit ohne na gut wir müssen jetzt so machen heute ja dann macht das mal Warte mal ohne Wallschirm. Ja, komm, da bist du. Ey! Ey, das wäre mir der Bär gut gewesen. Ja, wäre auch. Jetzt ist es hier vor und du machst einen Sohn und fängst dann drüber. Genau, siehst du? Jetzt hab ich ihn, jetzt hab ich ihn ohne Wallschirm. Nein, Rotter, wir müssen alles ins Meer springen. Aber hier kann man auch wenden, oder? Sicher. Ins Meer springen? Nein, nicht ins Ziel. Nein, nicht ins Ziel. Hier ins Meer springen. Hier, alle drei nebeneinander. Ja, noch ein Stück raufeln. Noch ein Stück langsam. Boop, boop, boop. Ja, und die Raufeln muss sich andersrum entstellen. Die Klappstellwerfer müssen auf. Warte, Klappstellwerfer auf und zu. Benno. Auf, zu, auf, zu. Nein, warte, erst ich, dann Raufeln, dann Benno. Nochmal, alle zu. Okay. Alle zu. Benno. Benno wieder zu. Hä? So, jetzt Benno und ich gleich zählen. Drei, zwei. Drei, zwei, los. Auf drei springen. Eins. Und zwei. Und drei. Lenn du dich, jawohl. Nicht respawnen, nein. Benno ist am respawnen. Abfahrt, wer zuerst gespielt ist. Ahhhh. Springen. Nein. Nein, nicht Renni, Benno, ich halte Scheiße. Nochmal. Warte, nochmal. Nochmal ins Wasser. Das war cool. Nein, Benno, ich kann mich nicht respawnen. Nochmal hier hin, jetzt kommt. Nein, Benno. Oh Mensch, genau. Warte, der verlässt uns. Ahhhh. Wir stellen uns einfach da hinten hin, das ist auch lustig. Ahhhh. Also alle respawnen und hier hin stellen. Ahhhh. Jeder stellt sich hier hin. Nein. Ahhhh. Richtig kein Lenni wieder. Nein. So, wir stellen uns jetzt hin. Ah, danke. Schon mal ein Vorfall. Ja. Ja, ich steh' ich gut. Na, hoffe ich soweit vor. Nein. Na, nicht vor. Springe mich sogar draus. Warte, mit den Rädern an die Flanken hier, Mensch. Ahhhh. Benno, du hast den richtigen Platz bis zur Kante. Was ist da los? Wieso? Guck mal bei mir denn Renni. Nein, näher. Guck mal bei mir! Guck mal bei mir! Guck mal bei mir! Auf drei! Ein! Drei! Richtig! Nein! Warten! Ah, nein! Okay, warte! Bremsen! Abfall! Nix abfall! Abfall! Nix abfall! Nein! Nein! Ja, jetzt hatte Renni scheiße im Endeffekt. Ja, Renni hatte die scheiße. Keiner Typ, ey. Jetzt ist er beleidig. Renni, der Typ nur da ist. Ja, der ist gar der Erste. Renni, warum hast du mich nicht runtergeworfen? Vielleicht ist der andere Typ. Ich hab gesagt, jetzt vernimmt sie ins Ziel. Er so, nein, ich dräng ihn ab. Und du hast sogar gewartet auf mich. Nein, das war doch das Geräusch grad. Psss. Aber er ist wieder umgekehrt. Alter, 50 Minuten. Aber die war richtig geil, ne? Die Strecke. Die war voll geil. Die war voll geil. Also, ich... Das... Ich muss mich jetzt erstmal an den Wagen gewöhnen. Also... Heftig. Ja, ja. Ich glaub, das ist so ein Typ, der wollte unbedingt das Preisgetarben. Egal. Super. Wieder beim nächsten Mal. Moment, das ist doch... Wie spielest du? Super.